Hallo liebe Kinder, heute geht es mal wieder um Terme aufstellen. Dieses Mal entwickeln wir Terme aus Textaufgaben. In diesen Textaufgaben gibt es dann immer etwas, was unbekannt ist oder was sozusagen veränderbar ist. Und das, was unbekannt ist, das ist durch eine Variable zu ersetzen. Und mit dieser Variable wird dann in irgendeiner Weise ins Verhältnis gesetzt. Also da wird was zugerechnet oder was abgezogen oder was mal genommen oder was dividiert. Wichtig ist erstmal, dass man versteht, was steht in der Textaufgabe drin. Also Katja hat ihr Taschengeld bekommen und davon kauft sie sich eine Sonnenbrille für 20 Euro. Okay, ist das unbekannt, wie viel die Sonnenbrille kostet? Nein, das heißt, diese Sonnenbrille, das ist nicht das Unbekannte. Katja hat ihr Taschengeld bekommen. Ja, wie viel ist denn das? Ja, das wissen wir nicht. Also, wenn wir so wollen, ist das Taschengeld, die Höhe des Taschengeldes ist unbekannt. Heißt, ihr Taschengeld, das ist jetzt mit einer Variable zu belegen. Das heißt, das Taschengeld setzen wir in unserem Term, den wir daraus entwickeln, erstmal mit X an. So, und wenn sie sich jetzt eine Sonnenbrille davon gekauft hat, dann ist das Taschengeld ja sozusagen weniger geworden. Also, nehmen wir mal an, sie hat 30 Euro Taschengeld bekommen und hat sich jetzt eine Sonnenbrille für 20 Euro gekauft. Da müssen wir ja sagen, 30 Euro minus 20 Euro und dann hat sie halt noch 10 Euro. Da wir nicht wissen, wie hoch ihr Taschengeld ist, haben wir ja X genommen, müssen aber trotzdem jetzt die 20 Euro davon abziehen. Das heißt, der Term für das Geld, was sie noch hat, ist im Prinzip X minus 20. Kommen wir zur zweiten Aufgabe, die ist ein klein bisschen komplizierter. Der Eintritt in eine Disco beträgt 5 Euro. Hier ist noch nichts unbekannt. Also, wir wissen, wie groß der Eintritt ist. Eine Cola kostet 2 Euro. Hier ist auch nichts unbekannt. Wir wissen also, wie viel eine Cola kostet. Tom trinkt mehrere Colas. Wie viele, das wissen wir nicht. Das heißt, die Anzahl der Colas, das ist hier das Unbekannte. Und das ist durch eine Variable zu ersetzen. So, es geht hier darum, wie teuer war wohl der Abend. Der Eintritt in die Disco beträgt 5 Euro. So, üblicherweise muss man diesen Eintritt nur einmal bezahlen. Das heißt, 5 Euro. Jetzt hatte Tom aber noch mehrere Ausgaben. Das heißt, es kommt was dazu. Die 5 Euro vom Eintritt plus, ja, die Colas. Also, jetzt könnte man ja denken, plus 2. Aber hier steht, Tom trinkt mehrere Colas. Also, wenn er ja nur den Eintritt bezahlt hätte und nur eine Cola getrunken hätte, wäre die Rechnung ganz leicht. Dann ging es im Prinzip darum, 5 Euro plus 2 Euro sind 7 Euro. Er hat aber mehrere Colas getrunken. Wie viele, wissen wir nicht. Aber es ist klar, jede Cola kostet 2 Euro. Da wir nicht wissen, wie viel Colas er getrunken hat, ist die Anzahl der Colas, die er getrunken hat, also x. Und jede dieser x Colas hat 2 Euro gekostet, also 2 Euro mal x oder kurz 2x. Also, nochmal, wir schauen uns das Ganze an. Die Anzahl der Colas ist x. Wenn es zum Beispiel 2 Colas wären, dann hätte er 2 mal 2. Also, 2 Euro kostet eine Cola, 2 Colas sind also 2 mal 2 Euro. Und der Eintritt plus 5. Okay, also wichtig ist, ihr müsst erstmal verstehen, was sagt denn die Textaufgabe aus? Und wo ist in dem Text irgendwas unbekannt? Also, was aus diesem Text kennen wir nicht? Und das, was unbekannt ist, das müssen wir durch x ersetzen. Mal ist es ganz einfach, mal ist es etwas komplizierter, bis wir den Term haben. Das war's.